Ich bin sowas von tot. Ich auch. Ich bin tot. Nooo, so Minion. Everybody get up. Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Ja, hallo. Was geht? Kennedy ist auch dabei. Kennedy ist auch dabei. Was geht? Stimmt. Ja, nichts bei dir. Was geht bei dir? Ja, nichts bei dir. Ja, auch nichts bei dir. Auch nichts. Ich versuche gerade ein Pferd kaputt zu fahren. Ich sehe es. Lass mal die über Sachen einnehmen. Ja, ich versuche hier zu fahren, aber der verpisst dich nicht. Ist bestimmt auch einer, der uns kennt. Vor allen Dingen, der uns kennt auf einmal. Wow, der Star hat gesprochen, der New Star am Himmel. Die Weibas stehen schon an der Schlange. Die stehen an deiner Schlange? Ja, nicht schlecht. Ey, die warten schon einer Schlange. Warum verpisst der sich nicht? Geh doch mal weg jetzt, Alter. Guck dir das an, er will schon wieder hier reingehen. Vor allem, wieso ist ein Pferd genauso stark wie ein Panzer? Keine Ahnung. Ja, ich bin ein Pferd. Ich bin ein Pferd. Ich bin ein Pferd. Ja. Ich bin ein Pferd. Ja. Ich bin ein Pferd. Ja. Ja, bei den Bergen da hinten. Lebt der immer noch? Ja. Oh, hier rechts, links meine ich. Ich habe mich voll getroffen, ich habe eine 34 FB abgezogen. Wie kann man noch mal hier reparieren? Oh, ich reparier. Eis in Eis. Ey, mit Panzer zu schießen ist ja kein Kacke. Heißer Scheiß. Guck mal da oben, da oben, da oben auf dem Berg. Ist der immer noch da? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe ihn angehittet, der ist immer noch da. Aber hier unten auch. Ist der tot? Wieso kann ich nicht schießen? What the fuck, Alter, was war das denn jetzt? Manchmal ist das, gibt die Funktion irgendwie gar nicht bei mir. Eigentlich ist es ziemlich gefährlich hier reinzufahren. Ah, wir sind Panzer, geht schon klar. Ist schon ein Eisi Eis, heißer Scheiß. Oh, hier ist eine Granate irgendwo. Von oben glaube ich runtergefallen. Das ist richtig Eisi Eis. Heißer, okay, von oben. Aber die haben keine Panzerbrechen in der Munition. Was für Affengesicht, ey. Okay, hier ist einer. Die können nicht weiter einnehmen. Ne, ist scheiße mit dem Panzer da rein. Wenn die so krass sind wie ich, dann werfen die von oben Dynamit rum da. Aber die sind scheiße, aber trotzdem. Man weiß ja nie. Wo ist einer? Ah, ich bin die ganze Zeit Squad-Entführer. Warum sagt denn niemand was? Scheißdreck. Eisi Eis, heißer Scheiß. Die Flagge gehört uns. Oh, da ist einer. Auf dem Pferd. Ich kann ihn nicht markieren. Auf der linken Seite. Bei dem Berg da. Die läuft glaube ich jetzt einmal um den Berg. Meinst du? Ja. Stimmt. Egal, lass mal weiter. Boah, hat sich ihn getroffen, ey. Der wäre echt der heftigste Spieler der Welt. Was? Okay, lass mal zu E gehen. E ist immer so weit weg, ne? Das ist immer voll scheiße. Egal, wenn Scheiße wird man. Einer muss den Job ja übernehmen. Oh, links, 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 links. Der Typ auf dem Pferd, der ist da. Der fährt zu G wieder. Hä, wo denn? Du machst mich verrückt, Alter. Rechts zu G. Der ist bei G. Geh, geht. Verlieh mir ja wieder, siehst du. Der ist da irgendwo. Da, auf dem Pferd. Der müsste hier irgendwo sein. Genau da. Aber hier ist noch mehr. Rechts, 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 links, 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 links. Äh, wieso kriege ich keinen... Rechts, 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 rechts. Äh, die Waffe, die ich hab, die ist voll scheiße. Da hab ich nur 43 abgezogen. Ist doch nicht normal. Ist der tot? Naja. Ja. Ey, schon wieder nicht, ey. Okay, jetzt können wir zu E. E. Alter, Scheiße. Ey, das Ding ist so scheiße langsam, ey. Ja, ne. Ich spiele einfach 0 zu 0. Ich hab fast so viele Punkte wie du. Hehehe. Scheiße. Ich treffe einen mit meiner Rakete und er verliert noch viel... Links, links! Ich hab ihn! Bro, Bro! Bleib stehen, bleib stehen! Dreh dich, komm nach rechts! Okay, durch. Hehehe. 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 Das ist so geil. Nocumen nach 4. Du musst den Ausdau halten. Kannst du markieren E? HDP LG Chile! Bei E ist keiner. Dreh! Boah, das geht so schnell, ey. Zu D! Nee, zu D! Ich wollte mal, dass du so heftig Beatbox-mäßig abgehst. Echt? Ja. Bist du schüchtern? Ja, ein bisschen. Okay, jetzt kommen wir zu D dann. Boah, wie schnell die D einnehmen wir. Das war so ein Johnny. Rein da, Jungs. Rein da, Jungs. Ey, was macht unser Team wieder? Weißt du was ich meine? Ja, komm, wir machen ihn alles alleine gerade. Oh Scheiße. Ey, was hält denn der aus? Nein, drehe nicht nach rechts. Okay, irgendwo ist der. Ich steig mal aus kurz. Okay, steig wieder ein. Ist mir gerade so gefährlich. Heisenberg. Möchte gern. Nee, Heisenberg. Rechts ist einer mit so einem Mini-Panzer. Wo ist der Mini-Panzer? Vor uns vorne sind übertrieben viele. Ich kann leider nicht gucken. Sind das Fußleute oder auch Panzer drinnen? Fußleute, Panzer. Hier vorne. Ja, ich kann nichts sehen. Ich kann nur von den Seiten gucken. Jetzt. Siehst du ihn jetzt? Vorne links. Jetzt kommt er, jetzt kommt er. Warte, noch ein Stück. Hast du ihn jetzt? Ja, jetzt sehe ich einen Typen. Okay, der ist tot. Okay. Panzer-Action! Und den Individuen ein. May the one day, ayo! 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 May the one day, ayo! Wo sind die schon wieder hier rein? Da ist ein Inselzug drinnen. Da musst du schon mal ein bisschen drehen, bitte. Nach rechts. Noch ein Stück nach rechts. Da ist eh noch einer. Scheiß drauf. Ey, was machen unsere Leute? Die sind so dumm einfach nur. Die gehen mit 30 Mann auf D, weißt du? Anstatt sich mal zu verteilen, die Affenköppe. Oh, da wird einer schon wieder hier. Aber scheiß drauf. Da sind sowieso 30 Männer. Ich kann einfach nichts sehen, wa? Ich kann auch von Seiten mäßig gucken. Egal, irgendwann kick ich Punkte. Ja. Dabei sein ist alles. Hier war einer. Hier links dem uns. Wo, wo? Abbieb. Warte auf mich. Ich komm rein. Jo. Oh, du kannst weiterfahren. Ey, hier ist noch einer irgendwo. Jo. Ey, wo ist denn der Typ? Dann geh mal kurz kurz jetzt. Also ich leg mal kurz aus. Guck nach. Okay hier. Hab' ihn. Okay, bei dir istnier, Bro. so ein Panzer. Ich muss schnell rein, bevor ich tot bin. Schlee! Oh, geschafft. was hält der aus alter was halten die immer auf dem scheiß pferd aus man ja ne wieso sind wir am verlieren eigentlich dachte wir sind voll am gewinnen weil unser team scheiße ist einfach einmal zu d ja wir verlieren schon wieder b alter was können die leute eigentlich hier rechts raus hast du ihn einer von euch hat ihn glaube ich okay der ist tot auf uns wird geschossen kann das sein was hält der aus wo ist der typ auch hier schon wieder einer und geht jetzt tot jetzt hat mir jemand den platz geklaut ja ich bin dass ich gehe kannst wieder rein nein nein ist schon gut hier ein oh du bist drinnen wieder ja ich bin drüben ja ich dachte ein rennen hätte mir aber da war so ein pferd typ bin da habe ich eben abgeschossen links 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 bleibt mal stehen halt ein次 über lebt er ihr könnt mich nicht mehr um ich habe ich bin 10.000 Punkte geholt, jetzt gehts richtig Ficker-Style, Junge, ich fäck die kaputt, Alter. Ey, was hält der aus, Alter? Ich krieg nur, äh... Oh, der Fan hätte mich fast wieder abgeschossen. Ja, ich hab auch nur wieder... Oh, fuck, da vorne. Ich bin fast tot. Ich muss sprinten und werfen, Granate werfen. Ah! Junge, wollt ihr das wirklich riskieren? Soll ich meinen Snipe auspacken? Ich snipe jetzt. Snipst du? Ja. Ich nicht, bleib bei Sold erstmal. Ey, wir sind schon wieder, haben schon wieder fast alles verloren. Boah, da wurde einer neben mir weggesnipet. Boah, Bro. Die snipen wir uns weg gleich. Oh, ja. Ich weiß auch nicht, wo die sind. Was? Da kommt einer... Oh, der Granate geworfen. Boah, ich bin fast tot. Wow, die hinten haben mich weggewichst. Oh, fuck, der hat mich weggesnipet. Wo war der? Wo war der? Rechts, rechts, rechts. Der ist genau rechts. Boom, Junge! Was geht, Alter? Was geht, Alter? Überleb mal ein bisschen, dann komme ich auch mit Snipe. Oh, die snamen schon wieder auf mich. Ich kann nicht zu dir, scheiße. Egal. Welch krass wie schlecht unser Team ist. Ja. Ich meine, wir haben... Ja, okay. Ich sehe gerade, wir sind fünf Leute weniger, aber... Trotzdem. Ja. Trotzdem wird da ein bisschen mehr gehen, Alter. Eigentlich schon. Wo ist denn der Faner, der hier chillt? Irgendwann Snipe doch hier auf mich. Hallo! Ah, fuck, Alter. Wo war denn der? Da hinten auf dem Haus. Da hinten auf dem Haus. Da war nur noch einer auf dem Haus. Auf B ist irgendwie einer irgendwo. Hier, ich hab ihn! Der ist links, der ist links. Der kommt ist A, gut. Ich hab ihn noch. Hier ist noch mehr. Viel mehr. Uh, ich hab ihn noch aus dem... Aus dem Auto geballert. Wieso werde ich jetzt da hinten gespawnt? Ich bin noch auf B. Hier ist noch mehr los, Leute. Wieso werde ich jetzt hier hinten gespawnt? Was ist das für ein Scheiß? wo ist denn... Hey, wo sind die denn? Ist der hier vorne? Ich brauche Hilfe bei mir. Ja, ich wurde einfach zugegespawnt. Ich habe ihn noch gehört. XL Radio. Da kommt er mit seinem eigenen Medik. Scheiße, Mann. Man, unser Team ist so beschissen. Schlecht einfach. Was können die Mongos? Wo bist du denn? Bei G schnell. Spawn mal ganz schnell hier. Ich lege gerade G ein. Was machen die vollen Mongos hier wieder? Ich bin gleich gleich welche von F. Oh, hier ist einer irgendwo. Willst du mich verarschen, ey? 94 HP. Keine Ahnung, Gott. Johnny ist da. Natürlich bin ich tot. Ich brauche mal ganz schnell. Hier ist wo einer. Boah, hab ihn. Alter, schön. Willst du mich verarschen? Hilf noch einer, hilf noch einer. Hilf noch einer, hilf noch einer. Willst du mich verarschen? Oh, scheiße. Oh, fein. Alle Granate rein, dann könntest du ihn zerbersten. Aber du bist tot, oder? Scheiße. Ja, ich bin tot. War zu spät. Ja, das macht denn unser Team, ey. Ja, ich weiß es nicht. Ja, irgendwann mal mit 30 Mann auf einem Fleck, anstatt sich zu verteilen, mal so ein bisschen. Oh, hey, das ist abgedehend, ich, Eckler. Wieder auf euch. Hier ist einer irgendwo. P.O. Wolf. Hörst du gern. Hast du den Film gesehen, P.O. Wolf? Boah, nee, wa? Ja, ich fand den irgendwie ganz langweilig. Was auch bei einem Snatter? Ja, ich weiß. Nein, er hat mich erwischt. Ja, fand ich auch. Ich fand den auch nicht so geil. Ich fand auch schon vor dem Trailer und so, sah da irgendwie richtig schlecht aus. Tja. Was? Hiesenberg 89, du bist ein Stück Scheiße einfach nur. Ey, Hilfe auf F. Scheiße, ich bin tot. Oh. Oh, Johnny. Ich bin am Leben, ja. Hast du den? Ja, 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 ist tot, ist tot. Da vorne ist noch ein Sniper irgendwo. Aha, oh, oh, ja. Der kommt hoch, der kommt hoch. Ich habe ihn angeschossen. Wo ist er, wo ist er? Hier links. Hier auf dem Hügel. Okay, der ist tot. Hab ihn. Oh, pass auf, vor uns ist... Äh, Autos habe ich schon. Fährt. 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 Oh, fuck. Ich habe ihn, aber... Ja, das fährt... Ist er ein Medic bei uns irgendwo oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Läufst du G, ne? Jo. Aber G ist eigentlich, geht ja schon uns. Lass mal lieber woanders hin. Ey, Mann! Kletter doch hoch, diese Scheiß-Animation, Alter. War du da, da, Alter? Ich lauf mal zu 10, ne? Jo. Da geht, glaube ich, gerade am meisten Action ab. Ja? Ja. Okay. Nee, ich zäh gerade ein. Wer in dem Zählen? Die Leute hier. Die Gegner, oder was? Ja. Oh, fuck, auf mich wird geschossen. Hättest du das gesehen, dann würdest du mich Granatengott Johnny nennen. Nö, würde ich nicht, weil ich das bin. Dann Granatengott Benny. Vielleicht auch Granatengott Jenny. Oder so. Fällt sich auch nicht schlecht an. Keine Ahnung, Gott, Jenny. Nein, was ist denn das, Alter, Mann? Da merkst du, dass von hinten einer kommt mit diesem Scheiß-Angriff. Du schießt ihn an und es klappt bei ihm. Bei mir wird er 15 Mal um die Person rumrennen. Scheiß-Angriff. Ja, ne? Ist doch so. Ey, Junge, ich hoffe, du hast noch nie erlebt, dass in diesem Scheiß-Ding... Oh, F wird eigentlich, ne? Dass in dem Scheiß-Zug mal einen Platz frei ist. Das habe ich noch nie erlebt in meinem ganzen Leben. Ey. Ey, von wo wurde ich denn abgeschossen? Von dort hinten? Das ist der beste Spieler der Welt. Heftige Scheiße, ey. Brazor ist der beste Spieler der Welt. Oh, Johnny. Als sie noch im Sack von eurem Partner war. Ey, das ist doch... XLRadio, du bist so ein geiler Typ. Hammer Typ, Hammer. Ey, wir verlieren schon wieder, Charlie. Was macht denn unser Team eigentlich die ganze Zeit? Stani. Boah, Alter, was geht denn ab? Alter, Schwede. Mann, ey, wie du mich wieder bis zum letzten verfolgen, Alter. Das ist immer so. Kann hatten, Gott, Kenny, ey. So, Gott sei Dank. Komm, lass mich spawnen. Schnell, schnell, los. Hallo. So, jetzt aber. Ich habe mir so eine häntzige Aktion von mir. Ich habe A gedrückt. Ich habe A gedrückt für den scheiß Fallschirm, Alter. Ich habe es doch gesehen. Ja, mein Typ, der will nicht aufstehen vom Liegen. Auf G, die wollen G einnehmen. Oh, fuck. Ja, George ist weg. Was ist weg? Nein. Ey, was machst du da? Ich mache mein Team da. Wo bist du? Bei F. Bei F, okay. Ja. Halleluja, ey. Halleluja. Nein, schau's. Okay, ist einer bei F. Fuck. Ich habe eine Hilfe gebrauchen. Oh, fuck. Hier ist irgendwo einer. Da hinten schon wieder. Da hinten ist einer. Vorsicht. Hey, ich schieße voller keiner auf das Licht. Da passiert gar nichts. Hinter dir, hinter dir kommt ein Panzer. Du musst ihn schnell töten. Schnell töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Töte ihn. Ich bin tot. Du bist tot. Von oben, ey, die Pisser. Halleluja. Halleluja. Wir verlieren C. Ja, C haben wir schon verloren. 30 Minuten spielen wir schon. Voll krass. Wir verlieren wir immer noch 10. Ja. Nein. Fuck. Mann, ey, wenn das Team nicht so scheiße gewesen wäre die ganze Zeit. Ja. Ist recht so. Alter, willst du mich verarschen? Ich meine, willst du mich verarschen? Du weißt, all deine Jungs haben mich verraten. Ist ekelhaft. Was? Rikki Niki, Alter. Rikki Niki. Ja, ist Rikki Niko. Trotzdem ist er ein Stück. Scheiße. Das ist doch scheiße. Das dauert viel zu lang, die Runde, Alter. Ich mag das nicht so. Ja, ich auch nicht. Das hätten wir nicht ändern sollen. Keine Lust, immer 30 Minuten oder noch länger zu sorgen. Ist klar, du bist mit Pistole direkt tot oder was? Gegen Maschinengewehr. Oh Gott, wie schlecht geschossen von mir. Breezer. Das sind einfach die besseren Menschen auch. Oh, wisst ihr, was ich meine? Halleluja. 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 Ecke Fresh, geht der Chef. Jungen, das muss sein. Können Karl Karlsruhe, komm mal in meinen Hut rein. Pass auf, sonst sagen die, das wird nicht so gerappt. Das hat mir jemand gesagt. Kommt noch. Schreib mich das unter deinen Kommentaren. Dann bin ich direkt geblockt. Ja, es wird doch gerade auf mich geschossen. Hier ist doch kein Mensch. Hey, hier müsste doch irgendwo einer sein. Hä? 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 Scheiße hier, Mann. Als sie noch im Wach von eurem Vater war. Ey, unser Team ist so scheiße einfach nur. Was können die vollen Mongos eigentlich? Was ist denn los, Alter? Die Gegner sind ja nicht mal krass. Irgendwie nicht, oder? Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab. Ich will doch Schritte irgendwo. Fricht, Herrin, ich will! Wof, miraculous dei vorn переживает. Tos Hay purposes Jeni. Da, wie kann denn? Gern, nein, 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 nein. Nichts wirklich, Shini. Ich bitte nicht. Ja, klar ist das so. Ich bitte nicht, nein, euh. Nee, das so nur ein bisschen. Das war's dann an dieser Stelle, ich danke fürs Zusehen, wenn es sich gefallen hat, lasst ein Like da, checkt meine Internetseiten ab, Social Media Seiten meine ich, und das war's, haut rein, tschüss. Haut rein und tschüss.